ja hallo sunny von der android device heute befinde ich mich mal in meinem auto weil ich euch eine tacho app vorstellen möchte bzw das ganze nennt sich android tacho das habe ich mal im internet gesehen und wollte ich das ganze mal ans herz legen die autofahrer unter uns gps verwenden ja einmal ein kurzer überblick über die app hier wir haben hier oben klar unseren tacho wie schnell wir fahren wir können uns das ganze auch ansagen lassen wie schnell wir fahren die kilometer können uns anzeigen lassen die zeit wie lange wir schon fahren hier einmal zu sehen hier ist unser bestimmungsort der kompass stehen bleiben und ja sieben satelliten ja auch nicht schlecht okay die zeit können wir einmal stoppen wir können uns hier unten einmal offen aufzeichnen lassen wo wir hinfahren route oder ein standort das ganze glaube ich auch hier entfernen eventuell hier können wir uns über google maps anzeigen lassen wo sind wir gerade und das interessante was ich euch auch noch vorführen möchte ist eigentlich hier unten das ist das sogenannte nee gar nicht wahr das ist noch nicht hier haben wir einmal ja geschwindigkeit wir können ausmessen lassen wie lange brauchen wir von 0 auf 100 kmh beispielsweise oder wie lange brauchen wir um eine fahrstrecke von beispielsweise hier jetzt 402 metern zurückzulegen oder eine ganz normale stoppuhr halt das brauchen wir jetzt nicht was ich euch zeigen wollte ist hier unten das hat gespiegelt das haben müsste ein oder andere kennen aus dem neueren auto dass die geschwindigkeit auf dem tacho offen auf der windschutzscheibe angezeigt wird ich werde das ganze gleich mal ausprobieren und da mache ich mal eine aufnahme zu so ich werde das ganze jetzt mal so ausprobieren ob ich so noch vernünftig fahren können hier rechts sehen wir das display und dann wollen wir ja das sieht doch eigentlich schon ganz gut aus hier ist 30er zone das sieht ja schon mal nicht verkehrt aus also kann eigentlich ganz angenehm sein vielleicht wenn man mal auf der autobahn unterwegs ist und ich immer auf dem tacho blicken möchte oder für die anderen sage ich mal wie zum beispiel ich habe noch ein kfz ladekabel für das handy da wenn ich mal per navigation unterwegs bin dann nutze ich auch das handy aber sieht so eigentlich ganz gut aus jetzt hoffen wir mal dass die kamera hält für die leute die sich fragen warum das handy so fest ist dass ich habe ja eine handytasche und wenn man die das handy auf die handytasche drauf legt dann hält das eigentlich auch so ganz gut zeit und man flitzt jetzt mit 50 sachen um eine kurve dann ist es klar dass das handy auch zur seite fliegt ja sieht aber so ganz gut aus guck mal auch mit ist auch ziemlich genau ehrlich gesagt die app ist natürlich kein kein geeichter tacho das wird jetzt wahrscheinlich der tv auch nicht anerkennen die app ist natürlich kein geeichter tacho das wird jetzt wahrscheinlich der tv auch nicht anerkennen ja sieht doch so ganz gut aus wie gesagt finde ich eine gute erfindung für die leute die auch mal ein head-up display haben wollen oder natürlich auch den rest der applikation den man sich ansehen kann so jetzt sind wir einmal im kreis gefahren ich denke mal das dürfte für den test ausreichen muss gerade noch irgendwo versuchen anzuhalten und nicht zu vergessen safety first gut anschnallen kinders liebe abonnenten zuschauer android user so und nicht zu schnell fahren so dann bis zum nächsten mal bin mal gespannt wie das geworden ist oh